Lautstarker Empfang in der Bad Hersfelder Stillehalle für Frank Sörske. Der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sicherte am Dienstag den Streikenden Mitarbeitern von Amazon seine Unterstützung zu. Dass mit euch umgegangen wird, wie mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zweiter Klasse. Das gehört der Geschichte an Kolleginnen und Kollegen. Rund 800 Mitarbeiter der Amazon-Standorte Bad Hersfeld und Leipzig hatten sich am Dienstag in der Schilderhalle versammelt. Erstmals waren die Amazon hier dabei in einem zweitägigen Streit getreten. Verdi fordert eine Entlohnung nach dem Tarifvertrag für den Einzelhandel sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das lehnt Amazon bisher jedoch strikt ab. Online-Handel ist Versandhandel und die tun so, als hätten sie mit allem was zu tun, nur die mit Versandhandel. Das nenne ich den Versuch, die Menschen verdummt zu verkaufen. Und das lassen sie sich nicht mehr bieten. Die wollen tarifliche Löhne und nicht länger ein Drittel weniger bekommen pro Jahr, als ihre Kollegen im Autoversand bei Klingel oder Weltbild. Ich finde, das ist zutiefst gerechtfertigt bei Löhnen, die um die 20.000 Euro im Jahr liegen, für harte Arbeit. Das Signal, das die Streikenden aus Port Hersfeld senden, ist eindeutig. Es ist ein heißer Arbeitskampf und er ist noch lange nicht vorbei. Musik 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 Musik